Wir haben es jetzt auch gleich 18 Uhr und liegen somit ganz gut im Zeitplan. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich bin schon ein wenig am Ende der Kräfte. Es geht jetzt langsam Richtung Feierabend. Aber ich versuche mal die folgende Präsentation wirklich kurz und einfach zu halten. Es soll nicht zu sehr jetzt technisch werden. Den technischen Part, den hatten wir ja gerade von Markus schon gehört, wie ich finde auch sehr interessant. Das hier wird jetzt deutlich einfacher. Es geht jetzt hier wirklich darum, erst mal Praxisprojekte zu zeigen, die wir tatsächlich umgesetzt haben, so für Kunden und wo eben schon viel KI auch drinsteckt, um einfach mal zu zeigen, was heute halt eben schon möglich ist. Und ich fange da mal mit einer kleinen Geschichte an. Es geht das folgende Beispiel, was Sie jetzt hier gleich sehen werden. Das geht um die intelligente Bildersuche bei Eckes Granini. Das ist unser Kunde dafür. Eckes Granini hat ein Kommunikationsteam, nennen wir mal den Teamleiter Stefan. Und der Stefan, der hat eben mehrere Mitarbeiter in seinem Team, die von Herausforderung stehen. Und die Herausforderung, die heißt, Sie müssen sehr viele Bilder in der Bilddatenbank organisieren, um halt regelmäßig auch daraus Präsentationen zu erstellen, zum Beispiel für Marketingzwecke, für interne Kommunikation, externe Kommunikation, wie man das so kennt. Und bisher ist das so wie bei den meisten. Die Bilder werden genommen und einfach nur wild in irgendwelche Ordner geschmissen, völlig ohne Benamung. Man hat diverse kryptische Zeichen da teilweise drin, Nummern, Buchstaben, was weiß ich, Sonderzeichen. Keine Beschreibungen weiter der Bilder. Und die einzige Struktur, die es eigentlich da gibt, sind so die Ordnernamen maximal. Das heißt, jeder aus dem Team muss sich eigentlich merken können, wo legt der andere jetzt irgendwie die relevanten Bilder für mich ab, damit ich danach daraus irgendwie eine Präsentation für mich erstellen kann. So, um dieses Problem jetzt zu lösen, haben die sich an uns gewendet und wir haben gesagt, na, lasst uns das doch einfach mal mit KI probieren. Und wie das genau aussieht, das zeige ich jetzt am besten mal direkt in der Live-Demo. Also die Kernfrage an der Stelle war, wie gesagt, wie können wir die für uns relevanten Bilder schnell und einfach finden? Und dazu gehen wir mal in das Intranet-Portal. Das Ganze nennt sich JuiceNet passenderweise. Und wie gesagt, bisher war das so, die Bilder völlig wild benahmt. Das ist auch nach wie vor so. Das heißt, es gibt jetzt keinen, der sich irgendwie darum kümmert. Aber was passiert ist in der Vergangenheit, Mitarbeiter mussten sich dann teilweise stundenlang pro Woche hinsetzen und einzelne Schlagworte zu den jeweiligen Bildern hinterlegen, um herauszufinden, was da jetzt eigentlich gezeigt wird, um die dann an irgendeiner Stelle, wo es relevant ist, wiederzufinden, um dann auch hoffentlich die richtigen Stichworte zu haben. Und genau an der Stelle setzt quasi die KI an. Die KI ist also in der Lage, diese Erkennung, was auf dem Bild zu sehen ist, zum einen zu übernehmen. Das heißt, die KI erkennt, um welches Objekt es sich dort handelt. Und zum Zweiten erkennt die KI auch, was für eine Primärfarben auf dem Bild liegen. Und das Ganze haben wir hier in dem Portal. Sie sehen es hier schon so ein bisschen an der Stelle. Hier gibt es zwei Filter. Einmal den Filter Color und einmal den Filter Type. Und nehmen wir mal an, der Mitarbeiter aus der Kommunikationsabteilung, der möchte jetzt gerne eine Slide erstellen und braucht dafür verschiedenfarbige Früchte. Und er weiß doch vielleicht noch gar nicht so richtig, was er da eigentlich irgendwie braucht. Er sucht vielleicht erst mal nach Fruit. Also das Portal ist in dem Fall englischsprachig, weil es eben für ein internationales Team auch ist. Und jetzt findet er schon mal zumindest eine Auswahl an Früchten. Das heißt, hier wurde kein Schlagwort per Hand eingegeben, sondern die Suche und das, was er jetzt hier findet. Danke, Cortana oder Alexa. Genau, also hier finden wir sozusagen alles, was wir jetzt hier finden, basiert auf den Schlagworten bereits, die die KI da für mich hinterlegt hat. Und jetzt möchte ich das Ganze natürlich ein bisschen weiter eingrenzen. Sagen wir mal, ich suche jetzt nach roten Früchten. Auch jetzt wird sozusagen die Auswahl weiter eingeschränkt. Und was jetzt hier auch passiert ist, wenn ich auf den Type klicke, je nachdem, was ich jetzt hier sozusagen eingefiltert habe, also zum Beispiel bei der Farbe Rot, bekomme ich auch nur die relevantesten Stichworte sozusagen, die Typen, die für mich hier für Farbe Rot passen, angezeigt. In dem Fall sagen wir mal, ich suche hier nach Bären. So, und jetzt bekomme ich eben also rote Bären angezeigt als Mitarbeiter, kann mir das entsprechende Bild raussuchen, runterladen, für meine Präsentation verwenden und fertig. Soweit, so gut. Was wir jetzt noch haben in der Präsentation ist, dass ich Ihnen einmal ganz kurz aufzeichne, wie das Ganze im Hintergrund eigentlich funktioniert, also was da jetzt eigentlich passiert. Wir haben zum einen den Nutzer, klar, und der hat eben eine Menge von Bildern. Die möchte er jetzt gerne in seinen SharePoint hochladen, oder das macht er in der Regel so. Das heißt, wir nehmen hier sozusagen einmal den Weg direkt in SharePoint. SharePoint hat im Hintergrund so einen sogenannten Blob Storage. Das ist quasi der Ort, wo die Bilder dann einfach abgelegt werden für eine kurze Zeitdauer. Und von diesem Speicher aus geht sozusagen den Request direkt an die sogenannte Azure Computer Vision API. Das ist sozusagen der intelligente Part, der jetzt in der Cloud auch liegt, wo eben die Bilder in komprimierter Form dann dorthin geschickt werden zur Erkennung. Und was passiert ist, es kommen eben aus dieser Computer Vision API, kommen eben hier zum einen meine Tags zurück, zum anderen eben aber auch die Farben. Das sind eben zwei unterschiedliche Felder auch sozusagen, die hier befüllt werden. So, das Ganze sozusagen steht dann also hinter den Bildern in meinem SharePoint bereit. Und wenn der Nutzer jetzt also hier suchen möchte, dann kann er das eben ganz, ganz bequem über die Suche, wie wir es gerade gesehen haben, tun. So weit, so gut. Das wäre sozusagen der einfache Use Case. Aber nehmen wir jetzt mal an, das ist ein bisschen komplexer. Also jetzt, das hier sind sozusagen die Standard Tags, die Microsoft denkt, dort zu erkennen in den Bildern. Aber was ist dann für den Fall, dass wir zum Beispiel eigene Produktkategorien haben? Also sagen wir mal, wir sind zum Beispiel ein Hersteller für Gartengeräte, irgendein Online-Shop oder was weiß ich. Und der hat eben für seine Produkte bestimmte Kategorien. Davon weiß natürlich die Standard Azure Computer API erst mal gar nichts, weil das sind einfach mal eigenständige Worte. So, was wir jetzt hier machen an der Stelle ist, wir streichen hier sozusagen einmal das Wort Computer und schreiben einfach nur Custom ran. Das ist nämlich quasi der zweite große Service in Sachen AI für Bilderkennung. In dem Fall geht es eben, wie der Name schon sagt, nicht um Standard Tags, sondern es geht darum, dass ich selbst die KI antrainieren kann. Indem ich ihr genau sage, welche Produktkategorien habe ich in meinem Shop und welche sollst du bitte schön erkennen. Wir kommen gleich noch dazu, wie das Ganze funktioniert. Aber das ist so im Groben, sage ich mal, der Aufbau. Und dann bekommen wir eben hier, also in dem Fall dann quasi noch die dritte Möglichkeit, hier also unsere Custom-Felder sozusagen dann zu befüllen. Und dafür öffne ich wieder ein anderes Beispiel. Das ist hier das Beispiel Greenover. Das ist also jetzt quasi die Herausforderung, wie gehe ich eben mit diesen individuellen Kategorien um. Und wir machen jetzt hier einfach mal exemplarisch den gesamten Prozess durch. Das heißt, in dem Fall gehe ich mal hier auf die Bildergalerie und verfolge jetzt mal direkt den Weg des Nutzers, so wie der Mitarbeiter aus der Kommunikationsabteilung. So, und ich sage mal so, das hier ist meine Bildgalerie und ich suche jetzt einfach mal ganz random irgendein Bild von einem, sagen wir mal, Rasenmäher. Gehe hier auf die Bilder, suche mir irgendwas raus, was er eben noch nicht kennt. Nehmen wir mal dieses Gerät hier. So, ich mache das einmal kurz. Gehe wieder in meine Bildgalerie, gehe auf Hochladen. Also das ist so das Standard-Sharepoint-Interface, was man hier sieht, also nichts Neues. Das hier ist, glaube ich, das Neueste, genau. Lade das hoch. So, und was jetzt passiert im Hintergrund, das ist genau das, was Sie gerade davor auf der Slide gesehen haben, ist quasi, jetzt werden die Daten an die Custom Vision API quasi geschickt, in komprimierter Form. Die erkennt dann in dem Moment, was da drauf zu sehen ist. Und das dauert jetzt ein paar Sekunden, bis sozusagen der Request im Hintergrund dann getriggert wird. Das ist einfach, muss man sich vorstellen, wie so eine Warteschlange, die da befüllt wird. Und die wird dann einmal komplett abgefragt und dann an die API gesendet. Und was zurückkommt, sind eben genau die Tags, die ich habe. Und wie ich gerade gesagt habe, das ist also jetzt in dem Fall kein Standard, sondern das ist etwas, was wir vorher antrainiert haben. Wie läuft das? Das kann ich gleich nochmal kurz zeigen. Aber so im Groben gesagt, man nimmt quasi, keine Ahnung, 100 Beispielbilder zum Beispiel von Rasenmähern, lädt die einmal hoch, sagt der API, oder Quatsch, der KI, das sind jetzt Rasenmäher, taggt das mit Rasenmäher und meinetwegen mit der Produktkategorie Rasenpflege, weil auch das ist ja ein imaginärer Begriff. Und fortan verbindet die KI dann quasi diese beiden Schlagworte mit dem erkannten Objekt Rasenmäher. Und je mehr Beispielbilder man quasi hat, je mehr man dazu hochlädt und antrainiert, desto genauer wird es natürlich. Und das ist teilweise sogar sehr genau, sodass man auch sehr ähnliche Produkte, ich habe das mal auf einem Microsoft Event gesehen, also zum Beispiel so sehr ähnlich wirkende Laptops oder so in weißer Farbe, selbst da erkennt er die kleinen Unterschiede und kann sagen, welches Modell das jetzt gerade ist. Also das basiert dann wirklich darauf, wie viele Beispielbilder ich da hochgeladen habe vorher zum Training. Und jetzt sehen wir schon, hier ist es jetzt angekommen, also ich habe jetzt hier hinten in der Spalte Cognitive Tags, habe ich jetzt hier also korrekt erkannt, Rasenmäher und Rasenpflege. Und das Schöne ist, wenn ich dann jetzt hier zum Beispiel so eine Content-Seite hätte, wie gesagt, alles SharePoint Standard, das wäre jetzt hier meine Rasenpflege-Kategorie, dann könnte ich also auch diese Bilder hier zum Beispiel in so eine Art hervorgehobenen Inhalt-Webpart mit einbinden und die würden sich dann einfach permanent immer ergänzen, indem ich hier zum Beispiel einen Filter draufgesetzt habe, dass er alle die erkannten Bilder zum Thema Rasenpflege da mit aufführt. Also das, wie gesagt, soweit zur KI. Ganz kurz, wen es interessiert, so sieht das Ganze sozusagen im Hintergrund aus, wenn ich die KI antrainieren möchte. Man sieht hier unsere ganzen Beispielbilder, die wir hochgeladen haben. Ich drücke dann hier oben einmal auf Train, dann läuft quasi ein Durchlauf sozusagen der Lernphase durch. Danach bekomme ich auch ein Ergebnis angezeigt sozusagen, wie genau diese Vorhersage anhand der Selbstüberprüfung sozusagen war. Ich sehe also zum Beispiel hier, wie oft musste ein Bild nochmal angeschaut werden, bevor es dann tatsächlich richtig erkannt wurde. Und das kann ich, wie gesagt, mit immer mehr Testdaten und auch während ich sozusagen schon neue Daten dann in meiner Bilddatenbank habe, auch immer wieder wiederholen. Und somit wird die KI also da auch immer besser und immer genauer. So, gehen wir mal wieder zurück. Das haben wir gesehen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Wir haben jetzt gerade gesehen, was mit Bilderkennung möglich ist. Ein weiteres Beispiel, was auch interessant ist, ist die Texterkennung. Wir hatten vorhin schon so einen kleinen Auszug mit dem, was halt jetzt hier schon möglich ist, in Office unter anderem. In dem Fall handelt es sich wirklich um ein sehr individuelles Portal. Viele Unternehmen, so auch Ecke Scranini, stehen eben vor der Herausforderung, also regelmäßig sich auch dem Thema Innovation zuzuwenden und da vor allem auch den Mitarbeiter irgendwie so in den Fokus zu rücken, weil die Mitarbeiter in der Regel die besten Ideen ins Unternehmen bringen. Und die brauchten jetzt hier also eben eine Plattform, um ihre Ideen einmal preiszugeben. Das Ganze sieht ein bisschen verspielt aus, das werden Sie sehen. Aber das Ganze soll sozusagen auch diesem Zweck sozusagen dienen, dass der Mitarbeiter sehr motiviert ist, dann auch seine Ideen einzugeben. Es gibt sogar, werden wir gleich sehen, eine Gamification-Komponente. Also man wird quasi auch belohnt, wenn man dann sozusagen da teilnimmt. Und das Ganze sieht so aus. Also wirklich, man kann sagen, sehr abgespaced. Ich will jetzt gar nicht so sehr im Detail darauf eingehen, was jetzt hier alles dahinter steckt. Vielleicht nur so viel. Jedes dieser Icons, was man jetzt hier sieht, das steht halt für eine bestimmte Informationsquelle oder eine bestimmte Interaktion, die der Nutzer hier machen kann. In dem Fall ist es der Astronaut, der uns also gleich ein Formular öffnen wird, wo wir unsere Idee eingeben können. Der erinnert mich dann auch alle paar Wochen, und ob ich nicht mal eine neue Idee eingeben möchte. Dann gibt es hier oben den Satelliten. Und der Satellit, der symbolisiert quasi die Ideenübersicht. Das ist, kann man sich vorstellen, die Liste aller eingereichten Ideen, die es schon gibt von Mitarbeitern. Und man sieht jetzt hier, das sind jetzt hier natürlich nur Beispiele, aber hier gibt es dann also zum einen Bilder, die der Nutzer hochladen kann. Zum anderen gibt es aber eben auch diese langen Beschreibungstexte. Also wir haben immer einen Titel, einen Bild und einen Beschreibungstext. Und diese Information können wir natürlich nehmen und was daraus machen. Das Problem ist, Sie können sich vorstellen, das ist ein sehr großes Unternehmen, wenn selbst, wenn nur die Hälfte von den über 1000 Mitarbeitern da irgendwie regelmäßig Ideen postet, dann wird es sehr schnell sehr unübersichtlich. Und teilweise sind die Beschreibungstexte auch entsprechend lang. Die sind also auch nicht begrenzt in der maximalen Länge. Und das stellt natürlich eine große Herausforderung dar, nicht nur für die Suche durch die Ideen, sondern auch für das Problem, was ich jetzt gleich zeigen werde. Denn das Feature sozusagen, was jetzt hier KI dran ist, ist, dass während ich eine Idee eingebe als Mitarbeiter, möchte ich bereits sehen können, ob es ähnliche Ideen von anderen Mitarbeitern gibt. Das heißt, hatte jemand schon mal dieselbe oder eine ähnliche Idee, weil dann brauche ich die natürlich entweder nicht nochmal posten oder zumindest nicht in dieser Form. Und dafür ist es insbesondere wichtig, dass das Ganze schnell durchsuchbar ist, schnell funktioniert. Das heißt, wir suchen jetzt mal hier beispielsweise nach Lemon Juice, das ist auch wieder hier in Englisch. So, und jetzt wird mir, man sieht, wie schnell das geht. Also mir wird sofort angezeigt, mit welcher Übereinstimmung hier bereits andere Ideengeber Ideen eingegeben haben, wo die KI sagt, das ist ähnlich. Das könnte so sein wie das, was du vorschlägst. Und man sieht es hier vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick, aber wenn ich mal raufklicke, dann sieht man schon weiter unten in der Description, es handelt sich hier eben auch um Lemon unter anderem. Es ist auch ein Saft. Und da sagt die KI natürlich, wenn ich hier Lemon Juice eingebe, ist das schon relativ nah an dem, was du sagst. Je mehr ich natürlich oben dann den Titel verändere, je detaillierter ich werde, und das soll ja auch der Zweck sein. Also ich soll ja meine Idee dann mit diesem Hilfsmittel quasi schärfen können. Desto enger wird dann natürlich auch die Auswahl der ähnlichen Ideen. Und jetzt kann ich hier also als Mitarbeiter sagen, ja, das ist genau die Idee, die ich hatte. Brauche ich vielleicht jetzt nicht nochmal erwähnen. Oder ich sage, nee, nicht so ganz. Ich wollte vielleicht in eine andere Richtung gehen. Ich ändere vielleicht nochmal meine Description nachher, damit es eindeutiger wird, was ich hier eigentlich wollte. Und das ist quasi sozusagen jetzt hier die KI. Und was im Hintergrund einfach passiert, ist sozusagen, dass die Text Recognition API hier angesprochen wird und gibt mir in dem Fall sozusagen eine Kurzzusammenfassung der gesamten Description zurück. Das heißt, den Text, den wir eben gesehen haben, diesen langen Beschreibungstext, der auch sehr lang sein kann mitunter, wird in jedem Fall runtergekürzt auf drei elementare Sätze. Das heißt, die KI erkennt schon sozusagen durch diesen kognitiven Service, um welche wichtigsten Argumente, Schlagworte, wie auch immer handelt es sich, bricht das Ganze auf drei Sätze runter. Und das nehmen wir dann, um es in der Suche nachher zu indizieren. Und dadurch wird die Suche eben so schnell, wie wir es hier gesehen haben, selbst wenn es jetzt mehrere tausend Einträge sein sollten. Genau. Und das war es dann auch erst mal mit den Live-Demos. Genau, das haben wir gesehen. So, wir haben jetzt also quasi drei Beispiele gesehen. Zwei zum Thema Bilderkennung, also zum einen, wie wir mit den Standard-Tags arbeiten können, die uns direkt von der Computer Vision API zurückgegeben werden. Wir haben gesehen, wie wir eben eigene Schlagworte, eigene Kategorien für Produkte generieren können. Und wir haben gesehen, was auch Texterkennung hier Hilfreiches tun kann, um eben die Mitarbeiter auch an dem Moment zu entlasten und all die Sachen, die vorher total anstrengend und mühselig waren, einfach auf die KI zu verlagern. Und das Ziel sollte natürlich dann immer sein und gerade auch für den Abteilungsleiter vielleicht bei ECS, ist das Ziel, seine Mitarbeiter an der Stelle so zu entlasten, dass die sich einfach wieder den kreativeren Tätigkeiten widmen können. Die sparen damit Zeit und Geld. Und letzten Endes ist es wirklich relativ einfach anzubinden durch die APIs, die es da eben gibt und die sehr vielfältig ansprechbar sind. Es gibt natürlich auch gerade zum Thema Bilderkennung noch viele weitere Beispiele. Das sehen Sie jetzt auch hier schon. Und wenn Sie einfach darüber mehr erfahren wollen, können wir gerne auch im Anschluss nochmal beim Networking-Thema oder beim Networking-Slot einfach gerne darüber sprechen. Ich habe eine Frage zum Thema Bilddatenwandel. Wäre sowas auch mit Personen möglich? Also ich wäre gerade unsere Bilddatenwandel mit Personen geordnet, wie du am Anfang gesagt hast. Und ich habe vielleicht Bilder von den Vorständen der letzten 50 Jahre da drin, und mit einem bestimmten Haar. Ist sowas möglich, da kann ich dem System eine Gesichtserkennung beibringen? Das gibt es tatsächlich auch, gibt quasi auch eine Face-Recognition. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage auch wegen des Datenschutzes, aber wir können gerne nachher nochmal zeigen, wie die auch im Live-Einsatz funktioniert. Wir haben da hinten auf dem Surface-Gerät auch eine Demo, wie ich gerade höre. Und da können wir uns das gerne mal anschauen. Also das gibt es auf jeden Fall. Gut, wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann würde ich an meinen Nachredner übergeben.